Das haben wir jetzt. Oh nein. Rings of Power. Man sieht möglicherweise meine Begeisterung für dieses Level. Boah, ich muss erstmal... erstmal flieger da drauf. Ich glaube, wir holen erstmal die Kiste, ne? Hallo Steuerung. What the fuck. Das gibt doch ein Späßchen, ne? Das ist ja unverboten. Hm. Das ist ja unverboten. Boah, ey, diese Steuerung, ne? Das ist der Wahnsinn. Das ist ja unverboten. Das fehlt eine, ne? Ne, fehlt nicht. Äh. 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 Okay. Kreis ist... Bremsen. Muss ich mir merken. Yay! Habe ich jetzt eigentlich den Edelstein bekommen? Ich glaube schon, ne? Oh. Oh. So. Jetzt erster werden. Das ist ja noch ein Spiel. Das ist ja auch ein, ne? Das ist ja auch ein Spiel. Das ist doch ein Spiel. Das ist ja auch ein Spiel. Kann ich neu starten oder so? Ich muss bremsen! Ich möchte gerne neu starten. Es ist höchstwahrscheinlich schneller, wenn ich zurückgehe und dann wieder ins Level gehe. Ja, Crash? Ja. So. So. Again. So. 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 Äh, na gut. 1-11, okay. 1-11. Ach, ich bin so dumm! Kann man da durchfliegen? Ja. Falsche Taste gedrückt. Gibt's hier Zeitkisten? Meine ganz blöde Frage, ich hab da jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich hab mich noch. Ich hab mich noch. Nein, ich hab die Kiste nicht gesehen. Was hatte ich denn? Ich weiß nicht mehr, was ich hatte. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich war so konzentriert da drauf. Ich hab's das Ziel zu kommen. Einfach alles ausgeblendet. Zeit ausgeblendet, Kisten ausgeblendet. Macht eigentlich schon Bock, ne? Auch wenn die Steuerung so dreckig ist. Okay. Ihr schafft's. Schön. So, jetzt kippe ich mir mal was von meinem Tee ein. Den hab ich mir jetzt mal schön verdient. Knapp die Putin verpasst. Good Job. Good George. So, haben wir jetzt hier unten alles? Ich mein schon, ne? Da fehlt ja dann gar nicht mehr so viel. Haben wir den zweiten Warpump schon gehabt? Hm. Jetzt fehlt noch der erste Warpump und das Zusatzlevel. Gucken wir mal hier hinten an. Ah, haben wir auch schon. Totenkopf-Plattform, oder? War das ne Totenkopf-Plattform?